Wieso kann ich das denn nun durchswitchen und dann funktioniert das nicht? Wir kriegen es raus. So geht das. Gut. Das erste Games war schon witzig. So, dann brauchen wir jetzt noch die einzelnen. Kannst du auch wieder hier bedienen. Für uns einfach mehr Material hier rüber. Da, wenn sie schon mal durchgecutt ist. Dann bauen wir hier nochmal einen kleinen Umweg ein. Ja, ist auch perfekt so. Haben wir gecutt? Wie viel brauchen wir? Oh, jetzt brauchen wir noch 40 Stück brauchen wir davon. Vielleicht auch ein paar mehr. Wäre besser, ne? Ah, das stimmt aber nicht. Scheiß noch einmal. Ich weiß nicht, ob wir hier auch anders rumnotieren. Ne, ich rotiere nur die Maschine selber, okay. Visual. Oh fuck. Falsch. Genau, lookers. Gut. Und, ich Menschen. so laufen lassen ach, wisst ihr heute manchmal hasse ich das, ne? warum ist dieses Bild wieder nicht perfekt angepasst? na, passt schon, hauptsache wir sie noch geben, ne? na guck mal, wir haben den nächsten Meilenstein erreicht, was haben wir hinten hier oben? Upgrades Leasebänder Aha können wir selber aussuchen Kreis auf Kreis Oh, guck mal, wir können noch mehrere durchs Denken hier Gehen wir alles mal aus 3 Forschungspunkte, in denen du die Nebenaufgaben abschließt, okay Da haben wir ja noch genug zu bauen hier Was man sich jetzt ja auch Aufgaben selber aussuchen kann, ist ja fein Find ich gut Dann Ich habe hier nie so viel Platz gelassen, aber egal Gehen wir hin Gehen wir hin Ich habe hier Gehen wir hin отделen Einen Abonniert Einen Ein Einen 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 Ich würde sagen, dann bauen wir das genauso auf wie da drüben gerade. Dann stecken wir die einfach mal obereinander. Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht? Einen Anker gesetzt? Oh, ne nicht so. Anker gesetzt und dann eine Ebene hoch. Okay. Easy, war ja voll einfach. So, dann lassen wir die erstmal abführen. Dann können wir die gleich nochmal verbessern, indem wir dann das Ding hier machen. Boah, nichts verschwenden hier, außer vielleicht ein bisschen Platz. Ei, was verlangt der denn jetzt von uns hier? Aber warte mal, mit denen sind wir jetzt durch, ne? Dann müssen wir die ja nur halbieren. So, dann können wir das Ding hier machen. So, dann können wir das Ding hier machen. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir das drehen. Dann können wir das nämlich auch ganz einfach umbauen. So, dann können wir das Ding hier machen. Dann haben wir nämlich die nächste Quest auch schon. Hier lief das jetzt für die Nebenquest ab. Das ist schon mal sehr gut. Kann man die Nebenquest auch schon mal hier fertig machen, oder? Ne, 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 stopp. Ne, jetzt hab ich Kacke gebaut. Hab ich ja gemacht. Weg. Fallen die auch runter? Ne, tun sie nicht, schade. Gut, jetzt haben wir es. Sehr schön, satt ist immer gut, Chloia. Ich hoffe, es war lecker. So, auch wieder da. Wollen wir mal weiterbauen, ne? Fünf reichen jetzt mal. Was haben wir da? Fünf... Aber doof. Ich bringe mir ja gleich selber den Weg ab, aber egal. Okay. Und zum Ausliefern raus. Lipp doch. Haben wir, haben wir, haben wir. Das haben wir jetzt gerade fertiggestellt. Der ist fertig. Dann können wir den jetzt nochmal stacken. Da. 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 Bis zum nächsten Mal.